Das hier ist die sogenannte Halle. Das ist natürlich keine Halle, schon klar, das ist zu klein. Aber hier sind die Hauptbücher, naja nicht ganz, aber fast, also das einzig Wichtige ist diese Reihe hier. Das ist schon die gesamte John Banville und dann drüber haben wir hier die gesamte Jane Austin. Hier, 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 endet Paul Auster. Ab hier ist Sekundärliteratur, na hier beginnt mit letters beginnt die Sekundärliteratur, das ist alles Sekundärliteratur zu Jane Austen. Und das sind die verschiedenen Ausgaben, verschiedene Übersetzungen. Und hier sind die Bücher, die ich immer liegen habe. Also, das ist auf der einen Seite das Lieblingsbuch von mir persönlich, von Austin Persuasion, in der Annotated Edition von Robert Morrison. Ich nur empfehlen kann. Wir kennen das ja inzwischen, die verschiedenen Annotated Editions von Lovecraft und von Huckleberry Finn und anderen. Das ist besonders cool, weil auch hier wieder immer am Rand, so wie beim Ulysses, ihr werdet euch vielleicht noch erinnern, Anmerkungen sind. Die Anmerkungen klären einfach auf über die Psychologie der Figuren, über die Zeit der damaligen Zeit, wie stark Jane Austen sich auf die Realität Englands bezogen hat. Und man erfährt einfach sehr viel über die Zeit, übrigens auch über Deutschland. Das ist die, ich nehme nur diese eine Übersetzung jetzt heraus, die Übersetzung bei DTV, Jane Austen and Elliot, die Kraft der Überredung, eben auf Englisch Persuasion, sie ist von, Entschuldigung, Sabine Roth. Das ist auch die Übersetzung, die Eva Mattis verwendet in ihrer Lesung, die ihr überall downloaden könnt. Und eine wunderbare Lesung der großen Eva Mattis. Ich glaube, Eva Mattis muss ich nicht mehr sagen, dass es einfach so noch viel größer ist. Es gibt noch das zweite, das ist Stolz und Vorurteil, das ist auch wieder eine Annotated Edition. Das ist von Patricia Mayer Spax. Mit demselben, wir haben auch hier dasselbe wieder mit Illustrationen und eben Annotations, darum Annotated Edition, also Anmerkungen am Rand, die genauer das erklären. Man muss sie ja nicht lesen, aber cool ist es. Und zwei Übersetzungen. Die eine ist von Helga Schulz bei DTV, sehr, sehr gut, meines Erachtens. Grandios auch die Übersetzung bei Reklamen von Christian Grabe und Ursula Grabe, also Ursula und Christian Grabe, richtig. Mit Nachwort und Anmerkungen von Christian Grabe. Es ist egal welche. Ich habe Grabe, Grabes Übersetzung zuerst gelesen und vielleicht noch ein kleiner Tipp. Grabe hat den Vorteil, ein Fontane-Experte zu sein und sozusagen Fontanes Sprache mit in die Übersetzung einzuschließen. Dass es das Ganze im Ganzen eine gewisse Eleganz gibt, wenn man Fontane kennt, wenn man den Stichlin zum Beispiel liebt, wie ich es tue, dann ist das ein besonderer Gewinn und Grabe. Ist natürlich für sich genommen ein ganz wunderbarer Übersetzer. So. Und jetzt los. Schöner Osten, Schöner Osten, liegt mir besonders am Herzen. Meine lieben Freundinnen und Freunde, aber da ist ein Problem. Die Wesen männlichen Geschlechts, habe ich mir sagen lassen, mögen sie nicht. Schaffen wir das Problem mit einem Schulterzucken aus der Belschule, haben sie einfach nicht gelesen. Das zweite Problem wiegt schwerer. Es ist eine fast schon allgemein anerkannte Wahrheit, dass die Literatur uns eingeredet hat, wir bedürften nur einer Liebesheirat, um glücklich zu sein. Und anscheinend trägt Jane Osten mit ihren sechs Romanen die Hauptschuld daran. Ihre Plots oder Handlungen, wie ihr sie mal haben wollt, sind, höre ich, immer geradezu Hollywoodgerecht die gleichen. Mann trifft Frau, sie verlieben sich, überwinden Hindernisse, kriegen einander und Schluss. Sie wurden getraut, die Glocken läuteten und es lächelte alle Welt. So oder so ähnlich. Gerade die Wesen männlichen Geschlechts geben nur sehr ungern zu, dass sie Happy Ends eigentlich lieben. Männlich, wie sie uns einmal gerne sein oder sich geben möchten. Aber der Vorwurf bleibt ja dennoch bestehen. Offenbar fällt bei Jane Osten nie ein Wort über das Leid nach der Leidenschaft. Und so hängen Männer und Frauen zwei Jahrhunderte nachdem Jane Osten 1817 mit nur 41 Jahren auf der Höhe ihrer schriftstellerischen Möglichkeiten, ihre letzte Lebensschlacht gegen einen Tumor verlor, an den Tresen Frust finsterer Paps und langweilen Bartender mit ihrem Gebrummel grün und blau. Etwa so. Also mit der großen Liebe, mit der bin ich jetzt aber fertig. Sie verwechseln Antidepressiva mit noch und noch und noch und noch einem Glas Wein oder Guinness und kommen fast um bei dem Gedanken, bis ins Rentenalter hinein ihre Ex-Partner samt Nachwuchs versorgen zu müssen, Alimente genannt. Dann suchen sie fluchend in echoreichen Tiefgaragen ihr Auto und fahren zittrig in ein verlassenes Zuhause. Und daran soll Jane Osten schuld gewesen sein. Jane Osten, Jane Osten, aber dürften sie nicht wirklich gelesen haben. Gerade sie hätte ihn ausmalen können, dass es auch ganz anders geht, dass es durchaus auch scheitern kann und darf, dass man deshalb aber noch lange nicht die große Liebe aufgeben muss. Naja, aber wie verliebt man sich richtig? Und wie bleibt man dabei? Wie schafft man es den anderen nicht, von seinem Selbstbild überzeugen zu wollen? Wie schafft man es stattdessen, gleichsam das Porträt zu umarmen, das der andere in ehrlicher Zuneigung von einem entworfen hat? Wie bringt man sich vor den Familienbanken in Sicherheit, die sich mit ungebetenen Ratschlägen schwatzend in jede Privatangelegenheit hineindrängeln? Wie wird eine Ehe nicht zu dem Versuch, zu zweit Probleme zu lösen, unter denen man allein niemals gelitten hätte? In solchen Fragen kannte Jane Osten sich aus. Sollten Künstler, wie es in einem Wort heißt, keine Antworten bieten, sondern nur Fragen aufwerfen, wie Uli Zeh mal sagte, Jane Osten war solche Nichtigturei fremd. Jane Osten offeriert uns gleich beides, Frage und Antwort, gerade weil sie unverheiratet geblieben war, um Liebesmisieren von außen einfühlsam bestaunen und um sich an die Literatur verlieren zu können. Zu Zeiten, da die Lektüre von allem, was kein Predigt- oder Benimmbuch war, als Laster galt, schrieb die neunjährige Pfarrerstochter schon Kleinromane, in denen Kinder in Heuschobern vergessen werden, in denen vornehme Damen an der Flasche hängen, also am Alkohol natürlich, und ohne Unterlass aufs Sofa sind Ohnmachtsfall. Und sie schrieb auch ein Theaterstück, Simon Beckett, A Mona Lettre, in dem alle Personen nur flüstern und tuscheln und der Zuschauer somit nie erfährt, welch unerhörten Geheimnisse auf der Spur sind, sagte er schon. Das wäre mal was, nicht? Wirklich, warum hat Beckett das nicht geklaut? Bereits in ihrer Wiege muss Jane Osten sich das Königreich der Literatur erwählt haben, unter der Bedingung, dafür auf alle anderen verzichten zu müssen. Zur Verlobung mit dem Juristen Tom Liefroy, oder wie man ihn mal ausspricht, mir egal, kam es Ostens geringer Mitgift wegen 1796 nicht. Was aber kaum ins Gewicht fiel, dass sie gerade mal 20-jährige Jane Osten gleich darauf mit der Niederschrift von First Impressions, den ersten Eindrücken, First Impressions begann, der Vorstufe zu Pride and Prejudice. Und aus diesem Roman sprach und spricht ganz bestimmt kein gebrochenes Herz. Und den kühlen Heiratsantrag des sieben Jahre jüngeren Harris Big Withers, den man gerne aussprechen kann, Harris Big Withers, mit immerhin stattlichem Vermögen, nahm sie 1802 nur an, um am nächsten Morgen in den Koffer zu packen und zu verschwinden. Da sie in einer bloßen Versorgungsehe im eigenen Leib hätte erfahren müssen, was die meisten Frauen in ihrer Kreise ertrugen, als wäre es ein Grundgesetz menschlicher Existenz. Sollte sie, fragte sie Jane Osten, schwanger werden, ja aus und ja ein? Sollte sie einen Haushalt führen wie ein Hotel, Finanzen verwalten, ewig Brief für ein Leidige an Verwandte aufsetzen? Sollte sie, so fragte sie weiter, Dauerbesuche dieser Verwandten erdulden müssen und all das nur, um einen bestenfalls geschätzten Gatten den Rücken für seine Fuchsjagd-Orgien freizuhalten? Gewiss, natürlich, natürlich suchte Jane Osten den Wohlstand, ja sogar den Reichtum, aber für ihren Erfolg wollte nur sie selber und nur sich selber dankbar sein. Hier müssen wir rasch ein Vorurteil endgültig vom Tisch räumen, indem wir die Frage stellen, darf man als Schriftstellerin und Schriftsteller für ein Publikum schreiben und damit Geld verdienen wollen? Viele werden jetzt sagen, nee, ein wahrer Schriftsteller schielt nicht mal nach einem Publikum, kellnert nebenher, am besten in der wunderhässlichen, von Schriftstellern wimmelnden Stadt Berlin, lebt von der Sozialhilfe, verwirklicht sich selbst. Ich widerspreche, gemeinsam mit Jane Osten, Schriftsteller sollen unbedingt für ein Publikum schreiben und auch unbedingt Geld verdienen wollen. Gerade von Jane Osten hält sich die Vorstellung, ihre Romane wären noch ganz ohne Anstrengung oder gar Schmerz entstanden und ohne den Willen, damit tüchtig Kohle zu machen. Und diese Vorstellung hat etwas zutiefst, Entschuldigung, Frauenfeindliches. Denn Arbeit, Ehrgeiz, Intellekt wurde zu Ostens Zeit und auch manchmal noch in der Unsringen einzigen Männern zugeschrieben. Die Pointe dieser Vorurteilsblödigkeit ist, dass diese Lüge, Jane Osten sei auf Ruhm und Geld nie versessen gewesen, von ihrem Bruderherz Henry in Umlauf gesetzt wurde. Und jetzt, bitte ratet mal warum. Er wollte mit dem Klischee vom selbstlosen Genie namens Jane für sich und seine Familie den Verkauf der Romane-Chains nach ihrem Tod ordentlich ankurbeln. Geld verdienen wollte er. Mit Erfolg, wie man sieht. Jane Osten kannte also den Schmerz beim Schreiben, gerade weil sie für ein Publikum und also auch für den guten Zaster schrieb. Und nichts, gar nichts, ging ihr leicht von der Hand. Man kann das an mehreren Fassungen in ihrer letzten Romane sehen. Man kann es bei Persuasion, auf Deutsch, ich komme nochmal darauf zurück, an Elliot sehen, wo sie für den Schluss mehrere Entwürfe er hatte, hundertmal durchstrichen und so weiter. Die anderen hat sie einfach verbrannt. Das ist bei Thomas Mann auch so gewesen. Thomas Mann hat ja praktisch nur Reinschriften, sodass wir nie wissen, was er alles weggeworfen hat. und glauben dann immer, ach Gott im Himmel, das ist ja alles so sofort perfekt niedergeschrieben worden. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber, was ihr Privatleben betraf, wollte sie zwar keine Heirat, doch ängstigte sie, je älter sie wurde, zu einer Mrs. Stent zu verkümmern. Stent, S-T-E-N-T, einer beiläufig Bekannten, die zu nichts mehr zu gebrauchen und nirgendwo willkommen war, wie sie einmal schrieb. Und stimmten die Gerüchte, die in der ländlichen Oberschicht ihres Dörfchens Jordan, in der Grafschaft Hampshire, Miss Austin umhuschten, war sie bald affektiert und versponnen, bald eisjüngerlich steif und pedantisch, bald ein alberner Schmetterling, der bei einer Abendgesellschaft so wenig Beachtung fand, wie ein Schürhaken vorm Kamin. Jordan war Großbritannien im Kleinen und schien einem ihrer Romane entnommen zu sein. Hier traute keiner keinem. Gute Nachbarinnen nach außen hin machten vor allem die Mütter, unverheiratete Töchter, die Töchter anderer Mütter nieder, damit sie im Kampf um einen Gatten den Sieg davontragen konnten. In dieser Welt, wo nur die Ehe einer Frau eine gesellschaftlich anerkannte Stellung sichern konnte, kam Miss Austin als Konkurrenz im Wettlauf um die beste Partie, wenigstens bald nicht mehr in Betracht. Und ihr war es recht. Denn als die Truppen Napoleon Bonaparte in der Völkerschlacht bei Leipzig im Herbst 1813 besiegt waren, hatte auch den Osten ihr Publikum mit dem Romankomödien-Hit Stolz und Vorurteil, Pride and Prejudice, endgültig in ihrer Gewalt. So licht und so herbst Champagnerfroh kam dieses Buch daher, dass Premierminister Winston Churchill während des Zweiten Weltkriegs eine heftige Lungenentzündung damit überstand. Er las und las und las und las im Bett und genas wieder. Die Macht, der Geist, der Geist, der göttlichen Jane, wie man sie nennt, reichte so weit, Hitler bezwingend zu helfen, eifert sich ihr Fans. Und bis in unser 21. Jahrhundert hinein würde es in England nicht mal mehr Shakespeare an Kultstatus mit Jane Austen aufnehmen können. Das könnt ihr zum Beispiel darin sehen, dass sich die sogenannten Macher, so nennt man das heute, wie ihr wisst, von Bridgerton auf Jane Austen berufen müssen. Welchen Genuss es bereitete, sie dabei zu beobachten, so Jane, zu beobachten, wie sie alltagsvertrauten Widerlingern mit messergeschliffenen Zeilen den Chaos machte. Manche ihrer Geschöpfe schieden nur geschaffen worden zu sein, damit nichts mehr von ihnen übrig blieb, wenn Jane Austen mit ihnen fertig war. Was man damals himmlische Gerechtigkeit nannte, brach in Stolz und Vorurteil wie ein todbringender Orkan über die Würde voll impertinente Lady Catherine de Bourgh und den niederschmetternd blasierten Hohlkopf Pastor William Collins herein. Und er wollte nicht so klug, gut aussehend und schlagfertig wie Fitzwilliam, Darcy und Elizabeth Bennet sein. Frage, wie gefährlich ist Jane Austen? Antwort, sehr. Man merkt es nun nicht gleich. Doch zu ihren Lebzeiten bezauberte Stolz und Vorurteil sogar jene, von denen den St. Austin sich nichts sehnlicher wünschte, als sie im Londoner Tower verrotten zu sehen. Beispiel. Zu ihnen gehörte George der Vierte. George der Vierte. Von nun an wollte der nämlich, der nach Austens Geschmack nur ein versoffenes, ehebrecherisches Ekel war, jeden ihrer Romane ihm gewidmet wissen. Und als George's Bibliothekar Jane Austen bestürmte brieflich, sie sollte sich an einem historischen Liebesroman um höfische Verschwörungen versuchen, bekam er zu spüren, dass Miss Austen in der Tat einem Schürhaken gleichen konnte, vor dem man sich besser hüten sollte. Das werde sie, entgegnete sie brieflich, mit beherzter Unberechenbarkeit, nur unter Androhung ihres Todes tun. Noch vor Vollendung des ersten Kapitels schrieb sie, würde ich mich aufhängen, wenn es mir verboten wäre, zu meiner Entspannung über mich und die anderen in Gelächter auszubrechen. Auch wenn sie elend daran scheitern sollte, ich gehe meinen eigenen Weg. So wie eben auch Elizabeth Bannett in Stolz und Vorurteil laut ihrer Schöpferin Jane, bitte sehr, die Autorin selbst sagt das, der hinreißendsten Gestalten, die je gedruckt erschienen sind. Naja, also selbstbewusst war Jane Austen, auch noch. Robert Lewis Stevenson, ihr wisst schon, der mit der Schwarzinsel, gestand bei der Lektüre von Stolz und Vorurteil jedes Mal niederzuknien, wenn dieses Temperament und humorvolle Wesen eine ihrer aphorismusfähig bissigen Sentenzen von sich gibt oder gab. Stevenson las den Roman Stolz und Vorurteil, Pride and Prejudice, jedes Jahr einmal, wie man ein Gebet spricht. Es ist eine allgemein bekannte Wahrheit, hebt Jane Austen in Stolz und Vorurteil streng ironisch an, dass ein Junggeselle im Besitz eines schönen Vermögens nichts dringender braucht als eine Frau. Und natürlich ist das genaue Gegenteil der Fall. Nicht die Junggesellen Bingley und Darcy suchen eine Frau. Vielmehr macht sich die dümmlich hysterische Mrs. Bennet, derart Laut heißt daran, arglose Junggesellen in künftige Gatten umzukrempeln und wie eine Puffmutter an ihre fünf Töchter zu verschachern, dass der versnobbt standesbewusste landadelige Darcy seinen Freund Bingley von der angebeteten Jane Bennet fernhalten will. Zu seinem Leidwesen aber hat sich Darcy selbst in den Esprit ihrer stets lachbereiten Schwester Elizabeth und deren anarchisches Naturell verliebt. Seine Wertschätzung sei, erklärt er ja anfangs, da ist er noch im Vollbesitz seines reservierten Hochmuts, also seine Wertschätzung sei, wenn einmal verloren, dann für immer verloren. Sein Charakter sei unversöhnlich. Das nenne ich eine Charakterschwäche erwidert darauf Elizabeth Bennet, aber sie haben ihre Schwäche gut gewählt, darüber kann ich wirklich nicht lachen, vor mir sind sie sicher. Und Darcy ist es gerade solcher Sätze Elizabeth deswegen nicht, endlich eine Frau, die ihm die Stirn bietet, anstatt ihn zu umschmeicheln. Elizabeth Bennet wieder sagt uns einmal zu oft Freunde und Freundinnen, dass sie da nicht ausstehen können, obwohl er über 115.000 Pfund im Jahr und das prachtgefüllte Pemberley verfügt, weiß sie seinen von oben herab gemachten Heiratsantrag von sich, weil er den charmierenden Leutnant George Wickham um dessen Erbe gebracht haben soll. Obwohl Elizabeth Bennet schon am Namen Wickham hätte bemerken müssen, wie wicked, wie boshaft, also gefährlich und lüstern, der in seiner Uniform unwiderstehliche Wickham wirklich ist. Hatte Wickham ein Starzis Schwester Georgiana ein halbes Kind zu verführen versucht? Brenner nun mit einer der Bennet Töchter nach London durch. Darcy zwingt ihn zur Ehe, um die Ehre ihrer Familie zu retten. Elizabeth erkennt, dass sie nicht erst seit gestern im tiefsten Innern und sterblich vernacht in ihn war, fegt Darcys intrigierende Tante Catherine de Bourgh in einem großartigen Gesprächsduell mit kaltem Zorn für immer beiseite und verflogen sie damit auch beider Fehler. Stolz und Vorurteil. die ihre Gefühle zu vergiften drohten. Elizabeth wird Darcys Weltkenntnis zugutekommen, stellt Orsten ihrem Paar in Aussicht und Darcys Zwanglosigkeit. Nach der Heirat der zwei wundert sich Darcys Schwester Georgiana freundlich bis an den Rand der Bestürzung, mit mit welch unverhohlenem Spott Elizabeth ihren Gatten auf dem Herrensitz Pamperly traktiert. Ob das gut gehen wird? Naja, gute Frage. Dass jede Ehe zu einer Folterkammer werden kann, hat Jane Austin nie verschwiegen. Eine Freundin Elizabeth in Stolz und Vorurteil heiratet, geradezu wie unbesehen, Pastor Collins, den Obertrottel, um finanziell ausgesorgt zu haben und hält ihn sicher von sich fern, indem sie ihm die gesunde Hobbygärtnerei anempfiehlt. In ihrem Haus mit getrennten Schlafzimmern herrscht die resigniert hingenommene Qual der großen Stille und Atemnot. Wer in Ostens Universum seine Liebe vor der Heirat nicht an Widerständen bewährt, wird in der Routine des täglichen Miteinanders danach kaum auf sie bauen können. Man muss vorab alles in sich und den anderen fertig machen, was diese Liebe im Wege steht und auf Selbstdistanz gerückt klarkommen mit sich selbst. So ist auch die Ehe der Eltern Elizabeth Ballets nur leicht hin im Aufruhr der Hormone geschlossen und früh schon geschwächt und zu schließen, nicht mehr zu retten. Sex, Respekt und Vertrauen sind dahin. Ein Zitat seiner Frau verdankte er wenig mehr als das Amüsement, das ihm ihre Beschränktheit und Torheit bereiteten. Das soll man ein Ideal zu Grabe tragen, nur weil man ihm nicht entsprochen hat? Ist das Beste, was ich über die Hoffnung auf eine glückliche Ehe bis in den Tod sagen ließe, solcherlei Illusionen sollte man schnellstens zu Grabe tragen? Für Gene Osten lag der Sinn des ganzen Daseins darin, dass es mit dieser Hoffnung erst wirklich beginnt. Es gibt immer noch und noch und noch und noch ein nächstes Mal, bevor die letzte Lebensschlacht geschlagen ist. Damit sind es alle, glaube ich, Vorurteile ausgeräumt, die uns jetzt noch daran hindern könnten, Jane Osten zu lesen. Sie hat nie aufgehört, in ihren Romanen das Leid nach der Leidenschaft zu schildern, nie aufgehört, an ihr Publikum zu denken, nie aufgehört, daran zu glauben, einmal berühmt zu sein und Geld mit ihren Romanen zu machen. Ach, ein Vorurteil bleibt noch. Es lautet dahingehend, Jane Osten sei eine im Grunde zahme Autorin. Grundfalsch, natürlich. Ich habe, wie ich bereits sagte, immer den Roman Persuasion, auch unter dem Titel Anne Elliott auf deutsch erhältlich, auch als Hörbuch, übrigens herrlich gelesen, von Eva Mattis, gerade weil er so bissig und so böse ist. Biografischer Hintergrund. Kaum war Jane Osten einem Sir Agaton Bridges begegnet, machte sie aus ihm Sir Walter Elliott. Eitel, geldgierig, Adelsklassen vernacht und Osten rächt sich und richtet, richtet auf den ersten Seite ihres Romans Persuasion bzw. Anne Elliott diesen Vater ihrer Heldin Sir Walter Elliott geradezu hin. Warum? Damit sie gegen ihn ihre Heldin Anne Elliott etablieren und richtig aufbauen kann. Sir Walter ist erschießenswert und Jane Osten braucht dafür einen Satz. Seinem guten Aussehen und seinem Status huldigte er insofern zurecht, als er ihnen eine Ehefrau verdankte, die charakterlich weit über allem stand, worauf ein Mann seines Charakters Anspruch erheben konnte. Das heißt, er ist ein charakterloser Trottel, denn Lady Elliott aus jugendlicher Schleimerei geheiratet hat, um ihn zu stützen und was unglücklich daran zu werden. Also lesen wir bitte nach Pride und Prejudice gleich Persuasion. Worum geht es? Anne Elliott, die Tochter jenes erschießenswerten Walter Elliott, dem neben seiner körperlichen Ansinnigkeiten oder Eintrags eines Namens im Adelskalender schmeichelt und dem beides zum einzigen Lebenszweck geworden ist, muss auf ihre große Liebe zum mittellosen Marineoffizier Captain Wentworth verzichten. Ihr Leben scheint vorüber. So unwiderruflich ein Elliott mit Eleganz ihres Geistes und der Liebenswürdigkeit ihres Charakters gesegnet ist, so kann ihr Vater, Sir Walter, sie, seine eigene Tochter, nicht ausstehen. Und sie kümmert in ihrer Trennung von Wentworth dahin wie ihre Mutter, die in der Ehe mit Papa Elliott was zugrunde gegangen ist. Weiter, achteinhalb Jahre bringt Anne als Kindermädchen, Haushaltshilfe und Pianistin für die Schwestern und Schwägerinnen dahin. Ein Zitat aus dem Roman, um das sehr schön zu bebildern. Der Abend sollte mit Tanz enden und als dieser Vorschlag laut wurde, bot Anne wie üblich ihre Dienste an und obwohl sich ihre Augen gelegentlich mit Tränen füllten, während sie am Klavier saß, war sie erleichtert, beschäftigt zu sein und wünschte sich zur Belohnung nichts, als unbeobachtet zu bleiben. Das Satzgefälle beobachtet, das Satzgefälle wunderschön. Doch Wentworth, der nicht mehr an Anns Liebe glaubte, bittet Anne noch einmal seine Hand. Du unvergleichlich gutes, unvergleichlich edles Geschöpf, nie habe ich eine andere geliebt als sie. Das du, das sie. Napoleon Bonaparte ist der Seeschlacht von Trafalgar 1805 geschlagen und Anne Wentworth ist stolz darauf, die Frau eines einfachen Seemanns zu sein. Und jetzt Schluss! aus. Untertitelung des ZDF, 2020